So, willkommen zurück zu einer neuen Folge des Slime Ranger. Wir müssen mal was gucken. Wir haben nämlich eine Mail. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Victor bla 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 bla. Lassen Sie mich, lassen Sie mich Sie stattdessen ein wenig drüber erleuchten. Das ist mir eindeutig zu viel zum Lesen. Nö, lese ich nicht. Ähm. Palim, palim, palim. Da haben wir nix. Dann gucken wir mal hier hinten. Kann ich das eigentlich nochmal aktivieren? Tatsache. Ach, das sind jetzt nur noch so eine Hilfestellung. Okay. So, ähm. Hier. Ähm. Was können wir machen? Wir könnten eigentlich einiges machen hier, sehe ich gerade. Ähm. Ähm. Fabrizieren. So, das war irgendwie T. Und E. Gut. Gut. Der braucht dann wieder ein bisschen was. Ja, gut. Dann gehen wir jetzt auf die Suche nach neuen Slimes, weil wir ja hier noch ein Gehege haben. Außerdem können wir ja jetzt die Schätze knacken. Aber vorher natürlich... ...eine Runde füttern. Und da schießt das Geld in die Höhe. Gott, das waren alle. Ja, dann gucken wir jetzt einfach mal weiter. Was uns so erwartet in der heutigen Folge. Ähm. Hier haben wir wieder so einen Schatz. Minzgrasfleckchen. Bauplan erhalten. Ui. Das wäre dann was für die... ...Honig-Slimes. Läuft. So, hier haben wir wieder eins. Bauplan erhalten. Blaue Korallensäule. Ui. Das wird immer besser. So, man hat mir aber einen kleinen Tipp gegeben. Dass hier hinten... ...links rum etwas sein soll. So, ich weiß, dass ich hier, glaube ich, schon noch mal war. Herzrüben nehme ich gerne mit. So, und irgendwo sollte ein Skelett jetzt in normaler Weise auftauchen. Aber wo... Hier ist eine Höhle. Ah, okay. Ja, da wissen wir ja Bescheid. Da haben wir wieder was Schönes. Arschloch, da haben wir wieder was Schönes. Aber trotzdem sollte hier irgendwie... ...Skelett sein. Oh, kriege ich das hier schon auf? Nein, schade. Also kann ich nur die grünen öffnen. Ah, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ach, das hier ist das Skelett. So, da gucken wir mal. Was gibt's denn hier? Okay, da komme ich nach Hause. Da brauche ich wieder etwas Höherentwickeltes. Ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja. Genau. Hier gibt's ja nur Steinhühner. Genau, die wollen wir nicht. Oje, wo bin ich denn jetzt gelandet? In einer Höhle. Toll. Wo es nur einen Ein- und Ausgang gibt's. Ähm... Aber hier muss ich doch irgendwie rauskommen können. Ah, hier. Hier hoch. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Und hier... Ah... Okay. Interessant. Ja, gut. Hier gibt's aber keine Slimes, die mich wirklich interessieren. Oh. So, ähm... Wir haben dort den grünen Slime-Heini gehabt. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, was frisst der Grüne am liebsten. War das das hier? Das müssen wir jetzt mal testen gehen, weil dann könnte man den eventuell heute noch in die Luft jagen. Ähm... Äh... Ja. Ja, das war's. Genau. Dann hauen wir uns damit jetzt voll und... gehen den grünen Slime in die Luft jagen. So. Wie viel nehmen wir mit? 50. So, die Herzrüben, die verstauen wir erstmal wieder. So. Ähm... In die Richtung war das. So. Hier hinten. Einmal hier durch. Ja, das ist interessant. Vielleicht gibt's da sogar einen cool... wieder einen Schlüssel. Dann wüsste ich sogar schon welches Türchen ich aufmache. So, komm Ausdauer. Räck dich voll. Hier... Oh, wie ich die Schleimkacke am liebsten einsammeln würde. Okay, die Musik lässt nichts Gutes erahnen. So, hier drinnen war der doch, glaube. Ähm... Hier unten. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja. So. Na dann, flüss dich voll. Jetzt. Und Tatsache, es gab einen Schlüssel. Sehr schön. Da brauchen wir wieder das erweiterte Pack. Aber... Wir haben einen Schlüssel und wir gehen... Meine Güte. Wir gehen das eine Türchen öffnen, wenn ich wüsste, wo das war. Äh, hallo? Hä? Wo war das Türchen? Geh mal weg. Du auch. War das hier oben? Jetzt muss ich gerade... Nee, hier hinterm Skelett. Genau. Ach... Mann, Mann, Mann. So, hier lang. Da ist das Portal. So, jetzt müsste doch hier gleich die Höhle kommen. Nee, Moment. Hier waren wir doch schon. Hä? Jetzt bin ich überfragt. Du, lass mich da hoch. So, hier kommt eine Höhle. Ah, hier. Und einmal Sesam. Öffne dich. Okay. Se... Se... Sehr interessant. Sieht auch sehr nice aus. Äh... Was? Ihhh... Lass mich... Ich hab doch hier irgendwas gehört. Der leuchtet. Da haben wir irgendwas gemacht. Hier ist ein Türchen. Keine Ahnung, was mit dem ist. Hm. Warte mal. Wo war jetzt der Grüne? Dort oben. Was ist denn, wenn ich so ein Ding in den Reihen schieße? Oh, Lull. Alles klar. Also, wir brauchen blau, lila, rot, orange und weiß. Zwei, vier, fünf. Cool. Äh... Hier gibt's aber keinen Teleporter. Schade. Ich hoffe, ich merke mir den Weg fürs nächste Mal. Hey, wartet mal. Hier haben wir doch ein blaues. Das müsste doch eigentlich gehen. Dann brauchen wir nämlich schon noch Viere mitnehmen. Du bist blau. Tatsache. Cool. Ah, da bin ich mal gespannt. Ähm... Was ist hier unten? Ach so. Also, ich brauche glaube ich von all denen, die ich schon habe, noch ein... Das ist einmal Schleimkacke. Dann werden wir doch jetzt mal instant zurückgehen. Und... Uns natürlich die Schleimkacke holen. Äh... Da wird die Dreie kommen... Mit ins... Na hier. In die Anlage rein. Ihr wisst schon, was ich meine. So. Einmal da rein. Die Dreie kommen da rein. So. Wir brauchen... Also, Pink hatten wir schon. Och Gottchen. Ja gut. Ich würde sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und... Bye bye.